Hallo, nach langer Zeit habe ich es mal wieder geschafft, dieses Scheiß-Spiel zu öffnen, weil mein Immolasser abgeschissen ist. Also machen wir mal. Hoffentlich habe ich das richtig gemacht. Ich wüsste nicht, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und ich merke halt, dass meine Test-Nive-Stellung immer noch falsch ist. Oder fast gesagt, wieder. Egal, mach ich da halt mal ein Video. Ich konnte mich aber nicht aufnehmen, weil mein Immolasser abgeschissen ist und immer wenn ich speichern will, er wieder abschneidet. Das heißt, ich kann nur mit Tail-State spielen, weil alle Daten sonst gelöscht werden. Ich höchst nicht, weil ich angepisst bin deswegen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Level wieder hinbekommen habe. Ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal, um ehrlich zu sein. Ich spiele jetzt das einfach so weiter, wie ich das Team jetzt habe. Pokémon sind immer noch gleich, darauf habe ich geachtet, aber sonst... Levelwiss ich nicht. Und ich habe einen Ton hingekriegt. Hoffentlich hört man nicht den Asen her hin. Naja. Den Text mal schnell zusammenfassen. Der Terb ist ein eigenes Pokémon. Und deswegen ist jetzt eins zu sagen. Weil es unlogisch ist. Auf dieser Route gibt es dieses Pokémon gar nicht mehr. Weil Super My World kann es auch noch dauernd etwas Neues kommen. Weil, wie schon gesagt, alle Daten sind da, muss ich davon löcheln. Das heißt... Ich habe auch von Super My World keinen... ...Saves-State, soll ich mir erinnern. Nur einen vom Gast aus. Jetzt kann das noch dauern. Er ist den wiederbekommen. Ein wildes Heiko erscheint. Heiko benutzt Pokéball. Die Attacke schlug fehl. Er wird von Drassler aufgefressen. Yay! Ich will sie doch nicht, wie ich gerade mit den Augen rolle. Und was im Schneide. Lalalalalala... Ja, ja. Ja, du hast es geschafft. Dann hast du ein Pokémon. Ja, schön. Zurück zur Arena. Danke, danke, danke. Bla 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 bla. Dann werde ich das mal schnell beenden. Und dann komme ich endlich auf die nächste Route. Also bin ich langsam doof. Ist das denn nicht vorwiegend? So, That! Ich will ein Gefils. Deswegen... Da-da-da-da-dämm... Ich glaube, eine kleine Änderung an Bluttexte! Wenn... Wenn ich ein Satz untermacht. Wenn... ... ich einen Bluttexte hatte. Wie schon gesagt. Ich wissen es nicht mehr. Zu lange her. Moment mal! Nein! Okay doch. Gut doch. Optionen... Letztes... Okay, haben wir noch alles eingestellt. Schön's kümel. So. Da... Ho-hoffentlich sind die Namen richtig. Da, 2-6-0. Okay, das ist Metall, glaube ich. Dann Lars 7 ist mein Männlich. Gleich Level 10 gefangen. Und Evil Rock halt. Level 11. Level 10 denke ich mal nicht so wie sie vorher waren. Aber das ist ja jetzt auch scheißegal. Wie spiel das Spiel? Und mehr mach ich nicht. Und einfach weiter. Die nächste Route. Und die nächsten Trainerpartner. Hoffentlich. Nur Trainer, Teenager, äh... Rigolini. Mit Voltilem. Okay. Aber ich sag mal. Scheiße. Falsch. Und zurück. Mein Böser. Stein. Oder Fels muss er bewerben. Böserfeld. Yay. So, dann spamen wir ihn mal mit Biss-Tod. Und er mit dem Steuern. Wieder in mein Bild. Extrem spannender Kampf. Ja. Lass mich hier auf A drücken. A heller hoch. Ne? Lern ich mir noch mal. Papierkorb. Im Video. Möhm. 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 Und wie war euer Tag? Ich maler fängt gerade erst an. Ich bin... ... vor nur zwei Stunden im Stock abgestanden. Möhm. Möhm. Ach man... Scheiße. Ich bin halt für Linos Level 16. Ah. Mann Scheiße. Jörg eilar think Jörg dank sch tief erklären er er go Klaue! Klaue! Fuck! Ich bin ein Arsch! Obwohl, ich könnte es schaffen! Und der mich gerade versprämmt! Yay! Damit schafft er mich nicht! Oh, wir haben es geschafft! Ich hab's geschafft! Oh! Wieso wir? Ich hab's geschafft! Ich hab nichts dazu bei dir holt! Das ist nicht nett! Yay! H gebe ich einfach mal... Oh, der Sand im Schuh hat auf ihn verloren! Wirdts gut! Und ich geh mal heilen! Trollolol lul lul lul... Orken максимärer... Und Klaueh bitter! Oder das triebt Schneeflogen nach hinten! Okay, dann geht sie jetzt noch nicht auf in den Wald. Ich muss erst mal auf gut Glück stehen, dass ich den Tresner sieg und zwar diesen Schnösel. Meinen wir das jetzt an Ideal oder ist das schon an Ideal? Und mir fällt gerade das Aufweichung feiner durch, deswegen müssen wir das anders nehmen. Und was jetzt? Einfach nur ein bisschen heller, fällt mir besser. Ich habe die Beeren glaube ich vergessen, aber ich bin mir nicht sicher. Das daran kann ich mich erinnern, hier war ich noch nicht. Ich kann mich eh nicht an jedem Trenner an den ich in die Tiere habe. Deswegen! Ah Geronimo! Wenn ich mir sicherlich nehme ich die Herausforderung, ich habe eine Menge Geld. Er nimmt die Herausforderung an, weil er eine Menge Geld hat. Yay! Okay! Irgendwie ändert sich der Typ aber einen Harddorf-Beamon. Warum auch immer! Okay! Na, P versus Schwalbini! Bist du mir das gereinigt? Bist du mir das gereinigt? Ja, Brücke rein Dalko! Nein! Ich werde verlieren! Ja! Das ist gut! Wenn man da rein ist! Ich gehe das lieber nicht. Ich weiß ja nicht, wie man da ausfällt. Fangen wir lieber mit der Evil Rock rein. Der schafft das schon! Der schafft das! Okay, er ist tot. Aber sie spricht nochmals. Hier yo aus Asambleu interpretiert! Die Diagramm geht noch! Wir geben ihnen halt unter den Mund-Player. Ich stra�l mich nicht! Oder. Ich werde sage, die For tiro ist crashed. Die Tor匙ische HeitseCD-제art hinzubekommen! Wir brauchen andere allemacke, die scientifischen Stude hast! Die finden es nicht für die底 of our system. Einuloge durch Warningauger. Baba das kann es nur noch was! Bi ifmer braucht das leer herum oder simultaneously! Ich mag meinen Nussbaum. Unseren Nussbaum. Zu langweilig auf dem Bildschirm muss ich drauf gucken, ich weiß ja was passiert. Bis Blückelschlag, bis Blückelschlag, der Top Geneser wird aber Heuler. Da hat Winnie gerade besiegt, jetzt kommt entweder Hut, Hut oder Taubsie. Er hat gerade, glaube ich, sich langsam ziemlich neues Level erreicht, jetzt kommt Taubsie. Ja, liebe 14. Ich guck da gerade, wird schon wieder auf dem PC. Bis. Dann Twirbel. Ich fahr wieder bis. Jetzt guck ich mal wieder drauf, in dem Spät. Okay, ich hab nur 15 Minuten circa. Naja. Ähm, jetzt. Oh, ich bin noch 14, okay. War gar nicht abgefallen. Oh, ich war ja fast. Naja. Jetzt wird's wieder dunkel. Es wird gleich wieder regnen. Haa, Kein Bock mehr, so wie es mir scheint. Ech, meinte. Evil Rock, kill him! IEL ROCK! Oh, moode! Jetzt geht das wieder los, du nützlose Vieh. Oh, du schaffst das. Ja, Blut besiegt. Ja, es ist überhaupt nicht übertrieben, was ich hier mache. Ja, ist es nicht. Egal. Hut, hut. Oh, halt noch einen. Dann kommt jetzt Habitat. Mach so blöd, bleib mir zu doof. Blut, bloß Holzkohle, yay. Steff, bloß Holzkohle. Ich raus mal, was interessantes passieren wollte, aber das andere ist langweiliger. Und da drüben haben sich den Rasen nicht ausgeschaltet. Ja, jetzt scheiße, jetzt scheiße, und nicht so, ich meine. Ich verscheid's los, jetzt geht's auch, dieser Praktikum ist voll geil. Ja, ich bin gehalten. Und gebohrt. Ja. Und Hutut besiegt, hab ich auch noch. Und Heilen gehen, tut und tun. Und ich hab den Schnitzel René besiegt. Warum konnte ich nicht gewinnen? Warum auch gebe ich ihnen jetzt einen Akzent? Ich versteh's nicht. Und ich hab Geld gewonnen. Yay. Ja, ist ein Poker-Toller und ich geh... So, bin gehalten, ab den Wald gegangen. Ich hab den Wald mal ein bisschen dunkler gemacht, weiß besser. Und, naja. War auch so, das stand irgendwie da, ja. Ohne Blitz dunkel. Also, dass man da auch keinen Blitz anwenden kann, irgendwie so. Ich hab den mal im Käferwald. Oder die Blitz, die in den just dem Pokerwald Le courtesy gaat, wie Kinder Dich von der Nee, Mole. Mit dem wohl scheißten Pokéman das Spiel. Deweident Wollte ich mal sagen. Böö pointed. Wild. Ein negóimmer. Das war, glaub ich, unter Wasser oder irgendwas. Ah, ne, das war das Schiffswrack. Und jetzt besiegen wir noch den Scheißkäfer-Sammler da mit dem blöden Namen. Ich will die noch im Vergleich zu, äh, was war das? Feuerrot und Blattgrün gehen. Denzwin oder, gut, naja, so in etwa, halbwegs. Und Denzwin hat ein Chalocco, danach bestimmt ein Anecon, danach ein Duffcon und danach ein... Kokuna. Ich wette mal, dahinter ist grad Dorn Guard. Als in der Grundbild gekommen. Ich sehts vor nur Erde, aber ich weiß, dass es noch Dorn Guard heißt. Hm, 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 okay, ich hab nichts gesagt, kommt, was Weberrack. Da, 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 da. Weberrack-Beziegen wir auch noch auf die Gläschen drei Minuten! Ich bin, vergisst du? Oh, mein ich! Ich hoffe, ich schaff das noch in zweieinhalb Minuten. Wenn nicht, hab ich nämlich ein Problem. Tien. So, warte, jetzt kommt Banekon, der schafft auch mal einen. Ich glaub, sie. Mit dem ich Tackle spamme. Yay. Ich glaub, ich mach den Speed ein bisschen mehr, damit er sinnvoll ist. Einfach mal damit er sinnvoll ist. Oh, mal 50 fahren Speed. Ich guck mal wieder irgendwo auch noch hin. Dann drück einfach noch auf den A-Knopf, weil ich weiß, dass ich mir eh keine Zeit machen kann. Vielleicht grad so schnell. Wollen wir noch mal. Geht's noch noch Speed? Dann drück ich an. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Los, mach ihn weg. Nur noch 5-1-1-1-1-1. 2 Minuten nur. Kurkuna besiegen muss. Kurkuna besiegen muss. Ich drück grad los nicht auf den Nassknopf, dass mir was die Hand weh tut. Nein. Und dann, dann. Das ist ein normaler Evil Rocksheim. So, und dann hör mal aus. Dann beende ich den Fahrer. Ich geh in der Macke! Okay, geschafft. So, Item gefunden, Fahrerheiler. Und dann beende ich den Park mal mit... Oh, so! Moog! Mooga!